LTE. Was ist das eigentlich? Das Kürzel steht für Long Term Evolution. Man spricht auch von der vierten Generation des Mobilfunks. Damit kommt das Internet per Funk zu Ihnen nach Hause. Schneller als je zuvor. LTE nutzt zum Teil Frequenzen aus der sogenannten digitalen Dividende. Das sind Teile des Spektrums, die frei wurden, weil die digitale Ausstrahlung von Fernsehen via Antenne weniger Bandbreite braucht als früher das analoge Fernsehen. Die LTE-Technik erlaubt sehr hohe Übertragungsgeschwindigkeiten. Sogar auf dem Land liefert sie mindestens 3 Megabit pro Sekunde. In vielen Fällen geht es noch deutlich schneller. Was bedeutet das? Selbst ein kompletter, hochauflösender Spielfilm ist turboschnell heruntergeladen. Bisher mussten Sie darauf ziemlich lang warten. Der größte Vorteil ist aber, das neue Turbo-Internet LTE kommt zuerst dahin, wo vorher gar kein Breitband-Internet verfügbar war. Denn um ein Gebiet mit LTE zu versorgen, muss Vodafone nur die Technik in der Mobilfunkbasisstation aufrüsten. Dazu muss kein Bagger anrücken, wie es bei DSL oder Kabelfernsehen notwendig ist. Also müssen Sie auch nicht so lange auf Ihren Anschluss warten. Die Funktechnik bietet zudem viel höhere Reichweiten als ältere Standards. So kann eine LTE-Basisstation ein Gebiet von mehreren Kilometern Radius versorgen. Wir fangen mit dem Ausbau in den ländlichen Regionen an und von dort wird das neue Netz in die Städte hineinwachsen. Genau umgekehrt, wie es früher der Fall war. Um davon zu profitieren, stellen Sie einfach die passende Hardware von Vodafone auf und schon kommt das Internet in Höchstgeschwindigkeit zu Ihnen nach Hause. Ihre vorhandenen Geräte wie Computer, Multimedia-Receiver oder den internettauglichen Fernseher können Sie ganz einfach damit verbinden. Vodafone bringt Ihnen jetzt das superschnelle Internet der Zukunft.